das heißt so wie das bild aussieht ja mit diesem bruch hier und so weiter kann ja eigentlich nur runter und das gibt das das ist genau das problem wenn es halt zu offensichtlich ist funktioniert genau das halt nicht und deswegen ist halt hier so ein bisschen die herausforderung dann heute dann herauszufinden wo ist denn jetzt das level hier oben was in irgendeiner form halt wo halt noch käufer sitzen die halt hier in den markt rein wollen und wo er halt noch hin muss oder sollte um das bild dann halt wirklich zu treten weil hier sehen wir halt vom von dem gleichen prinzip das ganze noch mal wir haben halt jetzt auch ein aufsetzer auf der 409 das war der letzte das ist gebrochen und da fehlt halt auch hier so ein bisschen die die rückbestätigung das heißt irgendwo in dem bereich sollte er jetzt halt dann auch eigentlich drehen spätestens hier oben da haben wir den letzten support hier im stunden chart das letzte mal aufgesetzt hier nochmal hoch gebrochen ja das heißt irgendwo in dem bereich so würde ich mal tippen kriegen wir heute dann halt dann auch eine entsprechende reaktion vielleicht auch erst morgen in dem tempo ist es ja durchaus auch möglich dass es noch wesentlich länger dauert und das macht es halt hier nicht gerade irgendwie komfort habe da halt in den markt so reinzukommen dass man eine position hat die man eventuell auch mal laufen lassen könnten so und das ist so ein bisschen die schwierigkeit hier dabei und wenn jetzt halt irgendwie gleich noch mal die 353 kommt wovon ich ja fast irgendwie schon ausgehe und dann haben wir natürlich auch ganz schnell wieder den salat dass wir dort erstmal festkleben wir haben jetzt irgendwie noch eine minute bis dahin und bin ich wirklich mal gespannt wie das jetzt hier in der ersten reaktion halt ausfällt ob ich da jetzt hier einen trade mache ja muss man halt mal sehen ob das wirklich eine gute idee ist weil das halt hier sich dann ganz schnell eben auch noch mal festfahren kann in dem bereich mein würde sich jetzt natürlich anbieten hier bei 353 falls wir da jetzt hin laufen dass wir auch hier in der nähe vom vortages pok also vom point of control dass sie hier wo gestern der meiste umsatz stattgefunden hat könnte man schon versuchen ja dort halt long zu gehen aber auch nur wenn er direkt im ersten ansatz runter kommt aber das kann auch die zeit eben tatsächlich hier sich einfach festfressen und das hat eben auch die genau die gefahr hier dabei wenn wir da noch mal hinkommen sollten dass er unten halt einfach festklebt weil er zu viel irgendwie gestern aufeinander getroffen ist an der stelle und von daher mal gucken ich würde jetzt eher versuchen halt wenn er das macht falls er jetzt hochkommen sollte das heißt hier über diese hochs drüber das war hier entweder die die 409 oder halt dann oben drüber den nächsten punkt ja den dann halt zu shorten bei 1432 muss man gucken stimmt das überhaupt mit meinem bild überein weil hier auch oft linien sind die dann entstanden sind während den webinaren und die aber jetzt nicht unbedingt dann auch doch das passt aber die linie gibt es für mir auch also hier ist wahrscheinlich attacke auf die 353 und man könnte es versuchen hier im ganz ganz schnell skype die halt an der stelle irgendwo zu erwischen weil das ist ja gestern hier mit mühe not gekauft worden und wenn es jetzt aber direkt nach unten wieder kippt dann ist es halt pech aber halt normalerweise wenn hier schon so viel irgendwie gedreht wurde dann sollte die jetzt eigentlich nicht ohne weiteres dann halt auch wieder da halt fallen diese marke problem ist nur wir haben halt hier dass den kasserschluss von gestern auch an der stelle und ein gap close von oben ist nicht unbedingt ein bullisches signal also ich würde hier tatsächlich mal riskieren an der stelle aber eben tatsächlich nur für eine schnelle bewegung falls wir die kriegen und aber irgendwie nicht daran festhalten das wäre jetzt halt so mein erster ansatz und ansonsten wie gesagt hier oben oberhalb halt short und aber das kann natürlich auch wiederum dauern das ist natürlich das das problem so der impuls also da war die einschätzung richtig ruhig gesagt habe da werden wir mit der werden uns wohl auch wieder befassen mit der 353 und da war es dann natürlich immer die frage wann deswegen weil jetzt könnte man ja auch sagen ja hätte man ja auch irgendwie gleich short gehen können also hätte fahrrad kette aber halt so die erste bewegung bei um 9 uhr ist halt jetzt auch nicht immer unbedingt einfach so jetzt nicht mal gespannt ob wir hier noch ein dip darunter kriegen das ist jetzt hier gerade mal die erste fünf minuten kerze und mal gucken ob das passt weil ich habe halt parallel auf den dauern natürlich im auge und der macht er halt irgendwie da ganz ähnliche sachen und da versuche ich natürlich auch mit dran zu orientieren weil die beiden ja selten irgendwie komplett auseinander driften und der hat halt auch irgendwie nur so ein letztes ding der halt irgendwie kauft und das kann natürlich jetzt einfach sein weil ich meine die generelle richtung ist ja halt nun mal short also die frage ist man nur ab wo und das kann natürlich jetzt auch sein dass es jetzt hier nur so ein fake gebilde so ein hütchen wahrheit über so einen punkten jetzt einfach nach unten durchfallen und falls das passiert würde ich da halt auch nicht überhaupt großartig dran festhalten sondern dann erwarten bis dann halt die stunde durch ist und wir dann halt vielleicht den punkt noch mal von unten sehen und und dann halt eher in den markt dann halt eingehen das wäre jetzt so mein ansatz so weil ich gehe jetzt erstmal davon aus halt dass wir halt seitwärts kriegen und eben wegen diesem geschiebe und das seitwärts ende dann entsprechend ohnehin dann hier oben an den hochs die behalt hier über nacht gesehen haben und mehr würde ich jetzt erstmal nicht vermuten dass da halt passiert aber wie gesagt das ist halt immer nur alles ist ja keine raketenwissenschaft und heißt man kann natürlich auch alles ganz anders kommen und deswegen muss man dann halt drauf reagieren und sich entsprechend dann halt auch einstellen auf den markt ganz klar so jetzt hier erstmal die fünf minuten kerze die die wir hier sehen im hintergrund ist die stunden kerze also hier in ist das eigentlich für eine farbe ich weiß es gar nicht wie man das nennt rot angehaucht wird halt im hintergrund hier auf die stunden kerze mitgebaut die wir hier natürlich auch sehen aber ist natürlich hier immer nur eine hilfe um halt das ganze auch gleichzeitig im zusammenspiel mit einem anderen time frame dann halt zu sehen so jetzt mal gucken was passiert ich muss noch mal gucken ich hier alles richtig eingestellt habe limit pullback von zwei ist hier eingestellt ihr seht ich habe hier die die neue version vom steuer trader beziehungsweise die die halt jetzt als nächstes kommen wird das heißt die sieht so ein bisschen anders aus als jetzt die version die draußen ist das heißt ich habe hier so paar neue funktionen beziehungsweise hat hier ein neues panel wo man halt auch einstellen kann was jetzt halt also hier new order meine maus kurz weg gewesen also hier new order das heißt ich kann hat hier einstellen die gleich schon die parameter von der nächsten order an der stelle und das ist einfach nur dient halt dazu dass man halt wenn man zum beispiel halt jetzt hier eine order trail will und so weiter dass man das halt alles wesentlich schneller dienen kann so hier sieht man jetzt eine limit pullback das heißt der kurs geht erstmal drunter und in üblicher manier zieht jetzt halt entsprechend die order erstmal nach macht also aus einer bei limit dabei stop ist gerade ein netter vorführeffekt für die limit pullback das heißt wenn wir jetzt hier 20 punkte drunter fallen würde ich mich freuen allerdings nur wenn es auch in einem rutsch geht und weil wir dann ein ganz unten gefällt werden ich habe jetzt hier mal auf zwei ist hier eingestellt sieht man jetzt hier war ja ganz schön sondern wir werden erst gefällt in dem moment wo die wo der kurs ich hoffe es ist hier groß genug auch noch mal in die richtung hat dreht sondern das jetzt hat hier passiert das heißt hier kam jetzt auch die im picture zumindest mal so die ersten paar käufer an der stelle und dann ist man zumindest mal auch wenn es nur der picture ist aber dann halt in der richtigen richtung dann halt unterwegs so heißt jetzt nichts heißt wir können genauso gut jetzt hier wieder auf die 322 fallen dass das sind halt war auch letzten war auch gestern halt das level was hier immer wieder angesteuert wurde das wäre dann halt auch das value area low von gestern und würde natürlich genauso gut passen aber wenn wir jetzt nicht sofort eine reaktion kriegen bin ich halt hier an der stelle auch raus weil ob das dann halt hier tatsächlich von unten noch mal da hoch geht ich weiß es nicht also deswegen habe ich vorhin auch gesagt ich glaube mich beneidet keiner hier um diesen markt dass ich den hier heute handeln muss beziehungsweise halt hier mich dann überhaupt mit befassen muss und den einschätzen muss weil das hat einfach sehr sehr tricky ist dass das ganze bild aber kann es natürlich schon sein dass wir jetzt einmal dahin und dann auch im ärgsten fall darunter bevor wir dann halt noch mal hochziehen also da reagiert parallel auch so ein bisschen auf der anderen seite sehe ich aber hier passiert halt nicht viel ich gehe mal hier auf den minuten chart das ist halt schon sehr wenig was da halt gerade passiert aber vielleicht reicht es ja so muss ich mir dauer 610 jahre der dauern hat sich irgendwie die ganze zeit an der 600 rum können wir jetzt hier zwar nicht sehen aber den habt ihr ja auch selbst und dort kann man sich auch mal die stundenkerzen angucken das ist auch so ein gehangel und gerangel da halt an dem punkt aber mehr dann hat irgendwo auch nicht so dass natürlich auch hier ohnehin nur eine teilposition aber das ist es mir halt auch nicht wert hier großartig halt irgendwie eine große position oder halt mit mit vollem risiko da halt hier rein zu gehen und deswegen ist jetzt erstmal versuch an der stelle der funktionieren könnte weil es hat eine passende übertreibung ist hier unter der 353 und weil natürlich halt auch kann ich mir vorstellen dass halt viele dann halt direkt bei der 353 dann halt irgendwo rein sind und wir sind halt jetzt 13 14 punkte drunter das heißt also zumindest mal im skyping sind da wahrscheinlich dann halt auch die ersten deshalb ein nettes stopp level also um ausgestoppt zu werden hier an der stelle auch von daher fand ich das jetzt ein bisschen klüger hier erst mal zu versuchen also ein bisschen drunter und nicht genau drauf und wir haben hier den den s2 das heißt also den den s2 vom stundenpivot auch so ein bisschen drunter so nachlaufendes tief und wie man sieht ist es zumindest risikolos ja das heißt bin jetzt hier erst mal auch wenn es nur irgendwie ein zwei punkte sind im plus aber das gibt mir jetzt natürlich erst mal so ein bisschen vorteil an der stelle ist auf jeden fall der der bessere entry und so hange ich halt nicht genau an dem an dem punkt rum also nicht genau an der 353 sondern hier ein bisschen tiefer und das macht es natürlich so ein bisschen bequemer halt auch so hier bin ich im minuten chart im hintergrund sieht man die die fünf minuten kerze an der stelle und dies jetzt hier auch aufbaut ist jetzt auch gerade erst zehn nach neun das heißt erst die zweite kerze und die versuchte jetzt hier natürlich auf grün zu drehen ob das dann gelingt steht natürlich auf einem anderen platz und habe es halt vom verhalten her erst mal passt es soweit und soll es hier auch das sieht man ja im fünf minuten chart im hintergrund da unten ging es erst mal nicht weiter das haben wir so ein bisschen reaktion und nächster möglicher anlaufpunkt wer halt hier entsprechend die die value value area hier intraday und dort muss man dann hat sehen ob er tatsächlich dann hat auch wieder rein kommt oder nicht ich würde hier direkt mal den ti anwerfen und da haben wir zumindest mal hier ein paar punkte weil kann ja gut sein dass wir hier unten noch mal hinkommen und das low halt noch mal testen so an der stelle erst mal raus mit ein paar punkten plus das war ja erst mal soweit richtig aber wie gesagt also entweder jetzt hier an dem punkt das heißt hier bei der 360 jetzt kleben nämlich hier fest ja wieder an der 353 von daher das ist halt auch ganz ehrlich der grund warum ich jetzt hier sage ich nehme lieber diese paar punkte hier mit an der stelle bevor wir uns hier echt noch mal fest stranden und jetzt hier die nächste stunde dann halt da halt wirklich nicht mehr weg kommen das kann halt passieren so wenn man das jetzt noch mal machen will beziehungsweise wenn man jetzt halt drauf baut dass das halt hier funktionieren wie hier reaktion kriegen dann ist natürlich der der richtige weg hat zu sagen okay ich gehe hier unten noch mal rein ja nicht ganz hier unten am tief vielleicht auch hier direkt am point of control dann brauche ich aber auch nur noch ein stopp hier von irgendwie fünf punkten und mehr nicht mehr an der stelle weil dann darf natürlich dafür wenn das funktionieren soll kein tieferes tief machen und den kann man natürlich dann ein bisschen bisschen knapper dann halt auch bemessen so das hat auf jeden fall erst mal gepasst irgendwie hier mit rund zehn punkten an der stelle das ist ja zumindest mal ein anfang so richtig ich habe gestern noch irgendwie eben noch gepostet hier den dax kurs habe ich hier ein screenshot gemacht da oben von der anzeige bei 11.353 habe noch dazu geschrieben dax kurs echtzeit gültig 24 stunden also das bewahrt sich leider gerade schon wieder das ist halt einfach auch ätzend ich meine wenn man da nicht irgendwie es galten will und wenn der halt einfach klebt das ist halt eine katastrophe aber gut ist klar die einen sagen hat mir an der stelle ist halt ganz klar support level und die nächsten sagen nee das ist verkaufs level und dann kommt halt genauso was bei raus und das sind hatte halt auch nicht unbedingt an die die kleinen markt teilnehmer sondern das volumen war relativ normal wenn auch ein bisschen weniger als sonst aber jetzt auch nicht irgendwie unterirdisch wenig und klar wenn die einheit den punkt hat nutzen wollen um weiter durch zu verkaufen treffen auch die anderen die wieder kaufen wollen dann bewegt sich einfach nichts mehr und das gleiche kann jetzt halt hier natürlich heute wieder passieren und von daher ist dann halt wer hat hier geschrieben hat nexus deal 11.230 jahren das ist tatsächlich auch meine idee also 11.221 schreibt der wer war das hier renne klar übergeordnet absolut nur die frage wie kommt man hin so das meinte ich jetzt hier stopp fünf punkte das muss jetzt hier reichen weil ich darf das tief natürlich hier nicht mehr raus nehmen so habe ich ein bisschen eng gemacht trade ist erstmal wieder raus sondern das heißt das war jetzt hier erstmal sauber da muss man auch dazu sagen das ist nicht dax typisch von daher das jetzt auch nicht allzu viel relevanz an der stelle aber hier sieht man kein neues tief hier gegenüber dem unten noch mal angetestet also mal gucken ob das funktioniert aber mehr gebe ich dem auch hier nicht nur bin jetzt hier mit drei punkten stopp drin mehr darf der halt auch echt nicht mehr machen das braucht kein mensch also entweder zieht er das ding jetzt hoch oder halt die drei punkte gehen halt von dem trade vorher dann halt einfach noch mal noch mal weg so weil dann würde ich halt eher damit rechnen dass wir unten dann noch mal die 322 sehen wenn das jetzt hier nicht hält und oder das geht dax typisch das ist leider manchmal so ich will das aber so nicht handeln dass wir hier noch mal neues tief kriegen und dann hoch also für ein dax wäre das halt ganz normal und deswegen finde ich den auch immer so ein bisschen schwieriger zu handeln also eng zu handeln als jetzt zum beispiel den daumen der da irgendwo ein level hat und dann geht das dann wirklich auf den tick im dax ist es halt manchmal so dass es dann halt wirklich genau hält aber halt leider nicht immer also erst mal hier ja so aber jetzt durch und ok das war sauber zumindest sieht man ja halt auch noch macht gar keinen sinn da halt irgendwie zwei punkte mehr zu geben weil das ist dann schon okay so also dann an der stelle sind wir dann wohl in richtung 322 vermutlich unterwegs gucken was hiermit mit anderen sachen noch in verbindung bringen können was da unten noch ist mal gerade was der dauer noch nebenbei macht so erst mal sind wir auch im vortag hier unterwegs das heißt deswegen auch mal die vortages fibos 316 wäre die 38 vom vortag dass wir halt wiederum match hier mit der 322 dann wollen wir hier noch irgendwo sehen 322 das sind natürlich das hier so knapp auch über den tiefs von gestern also tief ist ja halt auch relativ also hier von den versuchen nach unten weg zu kommen in dem bereich 311 war da halt das unterste level das heißt das würde eigentlich auch passen also das wäre dann wenn wir hier in dem punkt das werden einfach nur noch mal die tipps dann halt von gestern unterhalb der value area und knapp unterhalb unterhalb ja also hier diese punkte hier auch mal einzeichnen das sind zwar nur peaks aber trotzdem ist das soweit macht es schon sinn die natürlich dann auch nicht mehr erreicht werden sollten aber wurde gestern gekauft und vertrete ja auch immer so ein bisschen die die meinung dass halt ein kauflevel ist ein kauflevel ist ein kauflevel und zwar so lange bis es keins mehr ist und das heißt auch hier sollten wir dann noch mal irgendwo vermutlich auch noch mal deine reaktion bekommen aber wie ich halt vorhin schon gesagt habe das sollte ich jetzt vielleicht auch selber nicht vergessen wenn das halt hier nicht hält und dann sollte man eher gucken dass man halt irgendwo in den markt dann halt short reinkommt weil das das hier unten jetzt irgendwie ein thema ist das ist ja schon fast offensichtlich dass wir das halt noch mal sehen ist jetzt nur die frage fällt jetzt hier direkt da unten drauf durch oder schließen wir hier die stunden kerze an der stelle machen dann noch mal ein pullback nach oben und testen es dann aber aber so ein bisschen beschlossen sieht das für mich ja schon aus mit dem level dass das halt noch mal kommt so und gleichzeitig haben hier unten doch die 296 da hatte ich eigentlich auch gestern drauf gewartet dass das markt kommt die kam mir während der eröffnung dann überhaupt nicht mehr aber das wird halt schon zumindest hier erstmal sinn machen dass man geguckt wird ob das hier noch mal hält die 310 zeichnen die hier auch mal kurz ein fast getroffen okay so aber das war doch erstmal alles soweit okay und vor allen dingen bei solchen bewegungen halt auch glaube ich nicht falsch dann halt auch das das risiko wie es ja gemacht habe nur mit hier nur drei punkten das reicht ja dann halt auch erstmal zu begrenzen und nicht irgendwie hier zehn punkte stoppt runter dass das bringt halt gar nichts hätte auch hier nicht gereicht wie man sieht also ich diesen punkt hier nehme dann bis darunter ja gerade so mit glück hätten hier irgendwie zehn punkte gereicht aber braucht man nicht genauso kann man jetzt hat sich hier angucken wenn es zurückgekauft wird man unbedingt long gehen will dass man dann halt an der stelle dann halt lieber noch mal so rein geht ohne dass jetzt einfach halt mit einem willkürlichen stopp der dann halt zehn elf zwölf 15 oder 20 punkte ist das da halt aushält das muss halt nicht unbedingt sein zumal und das stimmt ja jetzt auch gerade sieht man hier auch wo ich vorhin gemeint habe in gap close von oben also hier war ja halt der kasserschluss von gestern um der linie ist halt eigentlich per definition auch kein long signal das heißt es ist eigentlich ist wirklich meistens so es kann man beobachten wenn das gap geschlossen wird es hält in den allerseltensten fällen hält es halt irgendwie punktgenau sondern geht dann halt meistens erst mal ein gutes stück durch dauern ganz genauso bevor es dann halt irgendwie abprallt und wird eigentlich immer erst so beim zweiten oder dritten mal dann halt so ein level dass man halt auch entsprechend dann auch handeln kann so ich gehe mal hier gerade durch kann momentan hier auch nichts machen ich könnte jetzt hier short gehen und bis darunter könnte man tatsächlich überlegen aber jetzt auch nicht unbedingt hier als stop sondern da würde ich dann halt eher versuchen auch wenn das hier minuten chart ist aber halt nach dem gleichen prinzip widerstand beziehungsweise hier support wird widerstand falls er noch mal da oben hinkommt das wäre dann halt auch der pivot das ist eigentlich so das was mich eher so ein bisschen dran stört ich handele nicht gerne pivots weil sich der kurs nämlich dort eben auch immer sehr sehr gerne halt festbeißt und nicht mehr wegkommt sondern er hat hier dann die letzte fünf minuten kerzt das heißt wird er versuchen dann halt wenn er versucht da noch mal drüber wegzukommen die dann halt hier oben einzufangen und da halt bisschen gegenwehr dann halt nach unten zu bekommen weil wir hier halt auch sieht im hintergrund die fünf minuten kerzen hier halt erst mal support durchverkauft das ist die kerze die fünf minuten die es durchverkauft wird das macht glaube ich mehr sinn so die lasse ich jetzt erst mal so liegen und hier unten auch nur für ein schnelles pullback bei der 311 also hier knapp drüber unter den punkten würde ich auch mal versuchen irgendwie so für sechs punkte da halt mitzunehmen so also genau feuerfrei ich kann die fragen sehen komme ich hier mal kurz raus aus meinem monolog ab wann wird das neue update geben dass das ja sobald der betatest durch das sollte nicht lange dauern sind nur so zwei drei kleinigkeiten die da halt noch drin sind sollte halt recht schnell eigentlich durch sein wie kann ich die kerzen im hintergrund anzeigen lassen das ist das extreme addon vom stereo trader muss man einfach installieren über den installation manager und dort gibt es das entsprechende addon dann auch zur auswahl ich will es jetzt hier nur nicht zeigen weil ich jetzt hier natürlich ist man den markt im auge behalten will und das ist auch kostenlos ja das kostet nichts das kann man einfach drüber installieren allerdings natürlich nur im stereo trader und nicht irgendwie im metatrader so 306 schreibt der m punkt ist der eröffnungskurs vom 25 dritten welcher eröffnungskurs wäre mal die frage ob daily oder beziehungsweise kassa oder future ich kann ja hier zwischendurch mal ganz kurz noch auf den wochenschart auch mal eingehen weshalb ich auch sage er kann eigentlich nur runter und das ist halt so offensichtlich also erst mal hier oben das war halt fast sauber bei der 840 das waren halt so die dieser ports hier an der stelle sieht man natürlich jetzt im wochenschart ist nicht so genau aber kurz davor ist er halt entsprechend gedreht und das heißt das war halt hier auch wie gesagt wochenschart nicht so genau erkennbar aber das waren halt die supports das waren die letzten aufwärtsbewegungen letzte aufwärtswelle und das ist halt einfach hier im maximum ausgereizt worden und gleichzeitig gefolgt von dem bärischen engreifen also hier diese kerze die einfach hat die letzten gleich mal hier 123 bzw sogar fast vier kerzen hier komplett eliminiert hat und das heißt das hat natürlich schon recht deutlich das hat hier nicht mal eben wieder drüber gelaufen wird also nach so einer kerze im wochenschart kommt in der regel keiner die dann halt nach oben raus geht sondern das hat schon verlässlichkeit zumindest mal halt dahingehend dass man halt weiß okay alles was irgendwie hoch geht wird auch in der regel relativ schnell wieder runter gedrückt und von daher kann der markt eigentlich nur dann nach unten dann auch tatsächlich dann halt früher oder später dann noch ein stück weit laufen so ob das ist natürlich reicht und da hat irgendwie da unten durchzukommen unter die 10.000 das steht natürlich noch auf dem anderen blatt aber generell heißt es natürlich hier ist einfach druck drauf auf dem kessel und würde man jetzt hier zum beispiel wenn man da versucht mal ein bisschen umzudenken und mal ignoriert dass wir halt hier in der woche sind sondern mal angenommen das werden 15 minuten kerzen und genauso finde ich kann man halt auch daran gehen dann würde ich halt wenn ich sagen wird der short naja aber hier unten gehe ich natürlich auch nicht irgendwie halt rein und setzt da halt irgendwie stopp weil ich dann halt hoffe ja dass wir halt dann weiter nach unten kommen weil was wir hier auch wiederum sehen das natürlich auch so ein bisschen das problem vom gleichen prinzip hier war halt widerstand durchgekauft das heißt hier waren die käufer da fällt ja natürlich jetzt auch nicht einfach so mal da plop da hat man mal 200 punkte darunter sondern da gibt es halt schon noch mal gegenwehr und was ich sagen wollte ist da ich da jetzt ja nicht weiß ja gehen wir da halt wirklich halt mit der nächsten kerze schon runter oder dauert es noch irgendwie 23 und wenn das jetzt dann zum beispiel 15 minuten kerzen werden wo würde ich da reingehen da würde ich ja auch sagen ja gut da suche ich mir die letzte aufwärtsbewegung die gebrochen wurde und geht dann da rein ja so dass wir als hier tatsächlich genau die 403 das was wir über nacht gehabt haben das waren hier die supports der kann aber natürlich auch noch mal ein stück weit höher das heißt hier haben wir die die letzte eigentlich die hat nach oben gegangen ist und vielleicht ist dann halt noch mal die 450 drin und das wäre natürlich so ein wunsch level das heißt es nicht dass man dahin long handeln muss ja aber ich könnte mir schon vorstellen dass der ein oder andere markt thema teilnehmer sagt mir hier unten halte ich mich lieber raus ich gehe ein stück weit höher und die ersten waren ja hier halt auch schon entsprechend am zug und ich hatte halt auch gestern schon irgendwie geschrieben dass die 409 eigentlich noch mal kommen können das passt halt schon ja und aber das geht auch durchaus noch ein stück höher der muss nicht am stück geht es da wirklich runterfallen es kann passieren ja aber versucht sich auch immer so ein bisschen die rein zu versetzen die noch nicht drin sind weil man sieht ja es bremst ja hier und warum bremst es einheit noch nicht genug druck auf dem kessel ist weil hat das volumen wahrscheinlich noch zu klein ist weil vermutlich einfach diejenigen die hier ein größeres interesse an einem verkauf haben hier einfach nicht aktiv geworden sind und das um das halt mal ein bisschen versuch ich versuche hat immer so ein bisschen die gedankengänge halt nachzuvollziehen und gelingt halt schon mal natürlich auch nicht immer aber das darf man solche überlegungen darf man ruhig mal anstellen ich hatte auch zum beispiel gesagt man darf nicht vergessen diejenigen welchen die hier oben bei der 840 den markt hier 1600 punkte nach unten gekloppt haben ja die haben hier einfach die chance noch mal für das gleiche geld die gleichen pakete abzustoßen das darf man halt nicht unterschätzen und da macht es auch keinen sinn dass der hinsetzen sagt auch hier guck mal v reversal der geht bestimmt da oben weil das im bild so schön aussieht das interessiert die aber nicht die hier den großen topf aufgemacht haben und den ganzen markt 1600 punkte nach unten gekesselt haben und damit halt die so wie ich das sehe die größte abwärtsbewegung halt auch im letzten jahr ja das ist das war die längste die längste schwarze kerze oder rot wie auch immer die wir hier hatten das darf man halt nicht unterschätzen und ist doch klar wenn ich halt zu hause weiß der kuckuck irgendwas habe ich hier irgendwie 100 kreis habe und ich bin nur 50 losgeworden dann freue ich mich auch wenn plötzlich reis wieder teurer wird und ich dann wieder für das gleiche geld noch mal die restlichen 50 raushauen kann und genau so ist es halt im endeffekt das ist es ist ja nur handel es ist ja kein hokus pokus an der stelle und man weiß eben nicht wie groß derzeit die position sind bei den big player und das kann man halt einfach unmöglich einschätzen oder irgendeine logik festmachen aber das sollte man einfach im hinterkopf behalten weil man es nicht weiß muss man davon ausgehen dass an solchen punkten die dann hat hier wirklich die letzte massive oder so eine massive bewegung eingeleitet haben dann muss man davon ausgehen dass da halt die chance möglicherweise noch mal ergriffen wird und da kann man nicht einfach long durchhandeln und sagen doch mein setup hier passt schon ich habe das immer so gemacht hat wird schon passen deswegen sage ich halt auch hier an der stelle darf man ruhig mal nachdenken wo wäre ich am liebsten reingegangen irgendwo hier oben und ich glaube das muss man dann halt auch irgendwo einen kalkulieren wenn man jetzt halt irgendwie short will dass da halt auch noch mal gegenbewegung kommt und das halt auch noch mal möglicherweise ein bisschen dauert ja was man jetzt hat hier auch sieht ich habe hier mal den ehemal 200 halt drin das sieht jetzt natürlich auch so aus wie ist dadurch stößt oben an läuft dann weiter ja gute frage nächste frage kann passieren aber die woche ist noch lang wir haben dienstags kann genauso gut noch irgendwie lange dort machen und dann am freitag halt runterkommen das ist genauso gut möglich und die andere option wäre halt eben die für uns noch ein punkt die 11 173 die ist aber auch schon ein bisschen älter glaube ich oder kommt aus den nfp ist ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau aber es natürlich auch das ist halt wir stecken hier einfach in der mitte ja und deswegen macht es halt auch schwierig halt hier irgendwo vernünftig zu entscheiden weil entweder laufen wir erst runter und dann noch mal hoch oder wir laufen erst hoch und dann noch mal runter aber auch die 353 ich glaube nicht dass wir die ohne weiteres hier vom tisch kriegen jetzt irgendwie in ein zwei tagen weil das hat er einfach zu oft gehandelt wurde und deswegen tue ich mich halt genauso schwer jetzt auch weil ja vorhin auch hier noch jemand geschrieben hat dass die dass das ziel bei 11 2 2 1 liegt ja also ich sehe es ja ganz genauso im stunden chart schon aber man sieht ja halt auch kaum gibt es eine möglichkeit zu bremsen wird halt schon wieder gebremst und kann das hier mal versuchen auch zu zeigen mit der 11 2 2 1 ist hier unten die orange wäre das halt bei mir weil es halt einfach nur vom vom muster her natürlich klarheit eine fortsetzung wäre wobei wir hier tatsächlich einfach jetzt erstmal auf der stelle treten seit was sind und kann hier einfach überall reagieren und dann auch erstmal nach oben ziehen und allein die tatsache dass wir jetzt hier zuerst runter kommen gefällt mir überhaupt nicht für short bei ganz oft ist es so dass halt short eigentlich dann am besten funktioniert wenn es zuerst hoch geht um 9 uhr und dann ist halt schnell irgendwie auch eine verausgabung da und dann kann man sich viel leichter dann auch short eindecken wenn es aber zuerst runter geht dann heißt es ja nichts anderes erst mal dass halt hier unten wenn dann halt widerstand entsteht wie jetzt hier dass ich da einfach schon wieder die käufer sammeln die sind erst mal froh dass hat hier günstig ist mal wieder ein bisschen dax zu kaufen und freuen sich erst mal mit dem günstigen kurs und das ist halt dann genau das resultat dass es dann hat gleich auch wieder in die andere richtung gehen kann und eben nicht dann hat ohne weiteres durchläuft sekunde mal ganz kurz so den mache ich jetzt mal weg den short an der stelle weil das ist hier alles viel zu rund und da wo ich ja vorhin gemeint habe auch wenn man halt jetzt hier von long gegangen ist dann hat man hier jetzt einfach auch noch mal die möglichkeit das ganze noch mal zu machen ohne dass man das halt bis darunter aushält das kann jetzt natürlich funktionieren das heißt wir könnten jetzt hier durchaus in der letzten halben stunde weil die erste ist jetzt um hat das ganze bild noch mal umdrehen so dass wir am ende hier oben so einen hammer oder was auch immer am stunden chart dann halt stehen haben kann natürlich jetzt sein ich finde es aber trotzdem schwierig hier an der stelle jetzt mal eben halt irgendwie long zu gehen zumal hat hier auch wieder ein pivot ist und das wird halt auch gerne mal rauf und runter irgendwie gehandelt und oft sagt dann so dass zum beispiel hier im pivot ist dann liegen dann irgendwelche longs die freund sich jetzt erst mal an der stelle hier so kauft ja wie kommt da wird wieder gekauft das setzt sich mein stopp da unten hin und was macht der dax kommt als nächstes wohl den stopp und zieht dann hoch und deswegen finde ich das jetzt nicht so clever da halt einzusteigen sondern wird jetzt wirklich erst mal warten und dann halt lieber versuchen falls wir ein dip darunter kriegen dann hat er da unten muss aber auch noch deutlich vor zehn uhr passieren damit wir auch noch eine chance haben die erste stunde dann auch wirklich noch auf grün zu drehen so bereich ab 450 schreibt der waldemar würde mir gut gefallen ja auch aber deshalb so als wunschkonzert dann immer ende das ist halt leider immer die frage so sind ja noch ganz viele da geblieben das heißt das ist für mich immer so ein indiz dafür dass ich nicht allzu viel unsinn hier erzähle und das heilige nachvollziehen können es ist ja natürlich auch immer meinungssache dass das ist ja auch ganz klar ja also was heißt meinung ich versuche da auch immer irgendwie die persönliche meinung ja da auch immer genau darauf zu achten was da halt irgendwie mit rein fließt also wovon ich ja halt nichts halte ist dann irgendwie wenn es heißt ja hier gute zahlen bin ich der meinung es muss hoch und so das funktioniert ja nicht weil das ist ja logik logik kann ja nicht funktionieren weil wenn logik funktionieren würde würde es jeder machen und wenn es jeder machen würde würde sich der kurs nicht bewegen also kann logik nicht funktionieren und das ist halt immer so das ding mit der meinung so jetzt kriegen wir hier genau das hier pivot hält stoppt da unten drunter und was macht der dax holt erstmal genau die so das hat er schon mal gepasst ja den short habe ich zwar weg gemacht aber den hätte er jetzt eh nicht getroffen da hätten jetzt eben nur zwei drei punkte gefehlt und wie ich ja vorhin gesagt ist jetzt schon beschlossene sache eigentlich dass wir da unten dass wir das halt auch testen und sieht man jetzt ja auch wir halten jetzt hier erstmal am vhl also bei die aria low das heißt dort ist die unterseite 70 prozent des volumens von gestern wurden halt bis hierhin gehandelt das ist jetzt erstmal halt dieser punkt das würde jetzt tatsächlich passen wenn man sogar genau ab hier jetzt hoch geben weil natürlich jetzt einfach hier die letzten tiefs jetzt raus sind das wäre natürlich ein nettes stop fishing aber ich würde jetzt hier trotzdem erstmal gucken war es dann halt hier unterhalb passiert und das reicht mir auch so vom bild jetzt erstmal nicht und da halt irgendwie rein zu gehen sondern meistens endet ja auch so eine abwärtsbewegung mit einem etwas längeren impuls wobei natürlich jetzt hier schon nicht ohne war aber ich glaube da geht schon noch ein bisschen was aber das war halt echt wieder hier bilderbuch sieht aus als würde es kaufen und dann geht es einmal drunter aber letzten endes wenn man das halt mal ein bisschen vereinfachten sich das hier mal in zickzack vorstellt dann haben wir einfach nur tief hoch tieferes tief höheres hoch das heißt wir sind hier erstmal auch im minutenschalt abwärts gerichtet ach der herr hellwig ist auch da das ist ja unfassbar moin torsten so was wann war bei mir was siehst du die fragen seit heute zum ersten mal hier seit langer zeit sehe ich bei gut und der webinar die fragen torsten also irgendwie haben die ein update gemacht hat auch vorhin dazu geführt dass erstmal keiner was gehört hat also musste aufpassen da gibt es irgendwie ein extra knopf jetzt auch neuerdings den man da drücken muss und damit man halt auch entsprechend hört was du erzählst oder zumindest mal war es bei mir so also vielleicht ist es wenn man halt der veranstalter ist von dem webinar ich bin ja nur das fußvolk das immer nur co-moderator ist und nicht veranstalter habe dieses privileg hier leider nicht und von daher kann sein dass du es nicht drücken musst so also die werden jetzt beackert dann gucken wir mal ob das nochmal halten will oder nicht da ist halt echt das ein bild meine güte aber dem ist halt nicht zu trauen ja was hat hier jetzt so im stunden chart so unfassbar short aussieht mit dieser kerze die ist nicht fertig also kann ich echt immer nur wieder betonen niemals irgendwie von der unfertigen kerze irgendwas ableiten wie oft habt hat auch jeder hier schon gesehen dass man denkt hier das ist wird ja hier mega short signal und danach auf den letzten drücker ja in den letzten drei minuten zieht er dann halt hoch und schließt er halt oben irgendwie noch in grün deswegen darf man nichts drauf geben deswegen irritiert mich das jetzt hier auch nicht wenn ich sage so okay ich gucke mir hier die tiefs mal an und generell das ist ein kauflevel und wenn man das irgendwie sieht und dann gehe ich da halt auch mit kann natürlich auch das ganze auslöschen aber erstmal ist es ein kauflevel was gestern irgendwie recht deutlich gehalten hat und solange das hat solange da nicht im stunden chart dann auch ein deutlicher strich nach unten durch ist ändert sich da halt auch erstmal nichts dran und passt natürlich auch hier jetzt zu seitwärts hier am value area low das passt halt einfach alles zusammen das einzige was hier noch nicht passt ist die fünf minuten kerze die ist noch nicht schön aber mal gucken 9.40 ich kann ja hier mal irgendwie auch die im 15 mal einblenden ja so sieht der aus im hintergrund so still hier ihr könnt ruhig bisschen lärm machen weil ich kann jetzt hier auch irgendwie nicht gerade wirklich was noch großartig dazu sagen wenn torsten ist der einzige der hier mich hier zuspämmt also der kann sich auch mal zurückhalten er sinkt jetzt hier schon in schriftlicher form ich weiß der torsten ist short torsten eigentlich ist eigentlich immer short im dax macht das auch meistens gut wahrscheinlich ist er deswegen auch so gut gelaunt wahrscheinlich hat er noch irgendwie torsten macht ja immer kleine weltreisen und und ich versuche ja immer nur ganz bescheiden ein paar punkte pro tag da halt irgendwo sinnvoll aus dem markt raus zu ziehen bei mir ist immer so wenn ich mal eine weltreise plane und dann gibt es seitwärts das ist leider normal so war es gestern hatte ich vorhin am anfang erzählt wo mich noch keiner hören konnte im dao das war halt echt ein bisschen mies ich habe am freitag noch irgendwie dao short aufgemacht bei 25 525 und habe gesagt hier stop loss 100 punkte was für mich schon außergewöhnlich enorm viel ist ja also im dao 50 geht ja da mal weil die volatilität natürlich hoch ist aber 100 war selbst für meine begriffe schon ordentlich und das hat auch mit den 100 punkten stop loss das hat wunderbar funktioniert ja bis auf fünf punkte wurden die angelaufen das hat alles gepasst und ist auch gestern schön dann anschließend 160 punkte runter habe ich gedacht ach fein guck mal das läuft weil halt dort hat auch irgendwie mein ziel eigentlich für die woche lag noch mal 1000 punkte tiefer ja was macht er jetzt natürlich dann halt irgendwie den ganzen tag immer wieder zu dem short entry bei 525 zurückgelaufen den ganzen tag ich glaube 13 stunden kerzen stecken allein in diesem punkt und so läuft das dann halt wenn ich versuche irgendwie eine weltreise zu machen und dann bleibt bleibt einfach die welt stehen und das heißt so ein bisschen mies und aber ich glaube das war dann halt auch echt schon deutliches pech gestern also anders kann man es ja nicht wirklich sagen so jetzt haben wir hier mit 315 gerade mal gucken das war jetzt genau diese viel wurde ich vorhin im auge hatte da hat es jetzt auch reagiert jetzt auch nicht so wenig aber ich brauche versuchen das jetzt mal ich gehe jetzt mal hier market mal rein auch wenn es vielleicht ein bisschen früh ist 43 hier die 15 minuten kerze im auge behalten gucken ob das reicht mit hier die letzte kerze halt raus gekauft ja beziehungsweise zurückgekauft so das könnte funktionieren zumindest mal bis hier drüber ich will hat hier wirklich keine irgendwie monster bewegung mitmachen sondern hier nur versuchen den impuls in der gegenbewegung halt zu machen weil wenn wir jetzt hier hochlaufen ist schön aber ansonsten ist natürlich jetzt auch erst mal ein punkt an dem es wieder reagieren kann aber zeigt jetzt zumindest hier sind mal die käufer so das war noch mal ein paar punkte an der stelle und jetzt muss man halt hier sehen ob das dann halt hält also wenn man das jetzt halt länger verfolgen will jetzt nicht hier nur so diese paar punkte hoch wie es gerade gemacht habe sondern wenn man da halt dabei bleiben will dann gilt das gleiche prinzip wie hier oben es dürfen keine neuen tiefs her jetzt haben wir hier aber halt natürlich eine fibo das ist natürlich auch immer so ein bisschen prädestiniert um da halt so zwei drei punkte drunter zu laufen deswegen muss man schon ein bisschen auch mit vorsicht machen aber man sieht ja hier ja das war jetzt halt zumindest mal im minuten chart die deutlichste aufwärtsbewegung überhaupt die wir haben seit man sieht man hier oben alles runter nur kurze kerzen kurze gegenbewegungen hier mal ein bisschen aber das war jetzt die erste zusammenhängende hier wo es mal zwei minuten nach oben ging das heißt das ist natürlich jetzt erstmal ein indiz dafür dass hier kaufinteresse auch kommt und jetzt muss man einfach gucken ob die hat wirklich hier auch bei der stange bleiben das heißt wenn hier ein käufer sitzt der jetzt halt ein bisschen volumen nach oben bringen will und dann wird der auch nicht zulassen dass sein kauflevel ohne weiteres da halt überschritten werden deswegen ist der normale ansatz dann auch der dass man sagt darf kein neues tief mehr machen die ausnahme ist natürlich einfach dann gegeben wenn halt hier so ein offensichtlicher punkt ist wie jetzt halt eine figo und da sollte man einfach gucken was passiert wirklich an der stelle reicht es dann hat wirklich einen punkt runter deswegen warte ich jetzt hier erst mal wenn wir jetzt hat hier nur ein dip drunter machen und dieses level wurde jetzt angefangen hat zu kaufen noch mal gekauft wird dann hat man da auch bisschen mehr sicherheit weil dann sieht man auch okay derjenige oder die diejenigen welchen die hier hat hier zuschlagen haben interesse das level zu halten und den markt nach oben zu drücken und deswegen ist hier ist auch so ein bisschen unschärfe jetzt erlaubt wie gesagt weil hat jetzt so eine fibo ist und das muss man einfach genau im auge behalten wenn das jetzt aber nicht mehr erreicht wird und jetzt noch mal da oben drüber laufen dann kann man meines erachtens aber auch hier noch mal reingehen den stop dann einfach da unten hinsetzen macht für meine begriffe schon sinn aber dass mein indiz vorhin für den long das war einfach nur ein bisschen größer zu zeigen hat hier die letzte abwärtsbewegung ja die hat hier auch kein neues tief gemacht hat gegenüber doch hat kein neues tief beziehungsweise einfach die letzte minuten kerze haben hier ein bullisches engreifen im minuten chart mehr war es nicht und da muss man natürlich wenn man hat das jetzt vielleicht noch nicht so lange macht genau hingucken aber wenn man das hat mal irgendwie paar tage macht dann erkennt man das natürlich auch sofort so das hat irgendwie lange aufwärtsbewegung und dann hat irgendwie letzte abwärtsbewegung einmal durchgekauft mit tieferem tief und höherem hoch und höher geschlossen das ist erstmal long war dass man da natürlich jetzt auch nicht irgendwie 50 punkte weit mit kommt sondern sich dann natürlich auch im minuten chart an den nächsten widerständen dann hat orientieren muss das hat auch klar aber trotzdem wenn man es jetzt hier schafft da hat sich einzukaufen im minuten chart dann kann man natürlich auch nachher eine zeiteinheit dann auch höher gehen und dann halt gucken dass man von fünf minuten auf 15 kommt und so weiter und so fort so aber ich habe ja vorhin auch gesagt alles was hier passiert ja das darf auch nicht allzu spät passieren sondern wenn das dinge noch gedreht werden soll dann muss es wirklich jetzt passieren das ist noch zehn minuten zeit und das ist schon eine ordentliche herausforderung da noch mal halt zumindest bis zu 353 zu laufen und zumindest mal dass er versucht dass er halt oberhalb zu schließen soll jetzt hier mal gucken was jetzt hier passiert an den letzten los wo ich habe ganz trocken und irgendwie so was trinken die maus da weg was war jetzt hier brauchen damit es hat wirklich auch ein bisschen weiter nach oben laufen kann das ist halt schon jetzt ein bisschen kräftigere bewegung hier das heißt das level hier das kauflevel muss verteidigt werden und ich würde sogar mal hingehen wird hier oben eine stop oder hinsetzen falls es schnell geht 49 ist natürlich jetzt nicht so ohne kurz hier gucken so limit pullback steht auf zwei das ist okay so ne das heißt das level hier das war das was ich vorhin meinte darf drunter dippen aber der hier wird nicht zulassen so ich gehe hier direkt nochmal rein dass das level mal ebenso unterboten wird wenn es ihn da wirklich auch gibt diesen käufer so und jetzt kann man mal gucken das heißt hier darf es jetzt hier ist jetzt echt auch einfach feierabend mal langsam ich hab jetzt erstmal einen stop von zehn punkten so eigentlich darf er noch nicht mal mehr hierher ja so aber ich lasse dem jetzt hier mal dass das letzte tief so und entweder klappt das jetzt hier oder wir schießen wirklich die bewegung hier nach unten weg ne ok das war eigentlich die position wo ich vorhin die order drin hatte so einmal kurz drunter gedippt das sind jetzt hier einfach die die kauflevels hier an der stelle ja du willst was sagen will er nicht hier nur gerade das mikro im hintergrund so das war das level wie gesagt wo ich eigentlich rein wollte das wäre klüger gewesen das macht eine dauer eigentlich parallel muss mir auch mal angucken ja es ist tricky hatte torsten auch gerade geschrieben ich würde auch schon gesagt dass schon ein bisschen merkwürdig hier dieser markt das ist nicht so einfach wir vielleicht in der zwischenzeit noch eine frage die du nicht beantwortet hast ja klar und zwar betrachtest du auch das volumen bei der analyse ja 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 also schon ne ich meine hier haben wir hat ohnehin nur nur tick volumen und also dass ich gucke jetzt nicht irgendwie unbedingt im future wie viel da hat tatsächlich gedreht wurde das ist das mache ich halt nicht das ist nicht mein ansatz aber halt letzten endes wenn man halt ein bisschen erfahrung damit hat dann weiß man oder man erkennt ja auch an den bewegungen ob da jetzt hat wirklich volumen dahinter ist oder halt eben nicht und das heißt ich gucke mir eigentlich eher das momentum an aber das momentum resultiert ja aus dem volumen und aber ich bin jetzt nicht irgendwie der der order flow trader der da halt irgendwie dann halt drauf guckt wie viele kontrakte hier und da halt dann gedreht wurden sondern ich gucke mir halt eher wirklich dann die bewegung an und das passt ja halt meistens halt zusammen auch ja außer man hat irgendwie illiquiden markt das heißt geringes volumen und das erkennt man dann aber auch wiederum daran dass es zum beispiel hat gibt oder der kurs hat irgendwie kopisch dagegen vom springen dann ist der markt hat illiquide das ist aber hier ja nicht der fall das heißt wir haben jetzt hier ganz normales volumen würde ich behaupten auch ohne irgendwie halt da in time and sales halt rein zu gucken und weil der der markt bewegt sich ja flüssig also von daher und ob jetzt halt dann einer kommt irgendwie der hat ein großes paket aufmacht oder nicht sicher volumen auch immer erst im nachhinein und der würde natürlich dann entsprechend den markt auch so bewegen dass man es hier wiederum deutlich halt dann auch sieht so 53 haben wir jetzt irgendwie noch paar minuten so was macht er da auch nicht wirklich irgendwas der ist gerade mal irgendwie so ein paar punkte ist bei der 578 wer sein nächstes level so das heißt wir sind hier jetzt wahrscheinlich gleich bei der 296 das war meine haltestelle gestern die nicht erreicht wurde das ist die 296 genau so nach gott da haben wir schon wieder nächsten pivo katastrophe sollte man aber weg hier das ist natürlich jetzt auch nur hier oben um einen punkt irgendwie short verfehlt aber so ist halt so aber jetzt hier irgendwie um fünf vor zehn dann auch long suchen das macht glaube ich wenig sinn weil wohl eher so dass wir jetzt hier noch mal abschluss impuls dann nach unten jetzt nach unten durch kriegen das ist wesentlich wahrscheinlich also deswegen jetzt dann lieber hier auf die suche gehen nach irgendwie short möglichkeiten für den impuls oder dass ich hier direkt rein ja also kann man eigentlich auch muss man dann nur im zweifelsfall halt skalieren was gibt hier drei shorts ab ja 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 so also das hat auch das ist halt für dich im dauern viel einfacher auch zu handeln weil was was macht der dax er sucht sich den kauflevel schrubbelt dann hat hier so ein paar punkte drunter und läuft erst mal wieder hoch das ist halt bei dem wirklich jetzt so gut wie nie nach dem motto er hat es ein tieferes tief also gehen wir weiter runter nee da ist halt immer so dieses also es wird nirgends so viel rum gefischt wie im dax das ist immer ein bisschen anstrengend manchmal da muss man oft wenn man da nicht irgendwie gerade super saubere signal hat so viel luft lassen für die ganze ganzen fischereien immer das ist schon mal irgendwie durchaus anstrengend aber jetzt hier fünf vor zehn könnte jetzt eigentlich klappen also könnte schon funktionieren fünf minuten noch irgendwas erkennt auch nicht wirklich das sind aber auch hier auch nur noch erst mal zehn punkte die hier noch fehlen nach unten also das heißt nur zehn punkte sind zehn punkte aber wie man sieht wird sich natürlich genau hier auch fleißig gewährt ja so haben wir noch irgendwelche fragen torsten macht hier allein unterhalter das müsstet ihr mal sehen wir haben ich habe hier viele kommentare von torsten 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 kommentare ich glaube der will unbedingt aber er muss ja auch nur weil es sagte ach komm mal jetzt kommen sie mit lärm also ihr könnt gerne noch irgendwen ihr fragen habt weil ich kann dazu jetzt auch nicht mehr viel sagen als das was ich schon gesagt habe ist eigentlich alles erklärt ist eigentlich alles erklärt und mal gucken der dau der wir jetzt hier auch wieder ist auch wieder am kauflevel das ist halt echt tricky also auch wenn wir jetzt hier so ein langes ding haben ich traue diesen praten einfach so nicht ich traue ihm einfach nicht weil ich auch solange dieses tief hat nicht raus ist selbst wenn es raus ist dann habe ich da unten halt schon wieder den nächsten support irgendwie bei bei 260 und und auch dass die 353 die wir gestern hier zu tode gehandelt haben dass die jetzt wechseln glaube ich auch nicht dran die werden wir noch mal sehen da bin ich mir ziemlich sicher und zwar wahrscheinlich auch relativ schnell und das wäre dann natürlich dann auch noch mal so ein punkt zu sagen okay da gehe ich noch mal short da oben auf der anderen seite hat hier aber gestern auch nicht wirklich short funktioniert das ist echt kein schöner markt finde ich zum handeln also selbst zum zum skypen gut das war jetzt halt blöd dass hier oben irgendwie zwei punkte oder ein punkt da gefehlt hat aber noch eher auf jeden fall zum zum skypen als jetzt hier irgendwie halt große strecken ich bin wirklich mal gespannt ob der jetzt da unten durchfällt ich glaube es nicht jetzt noch irgendwie eine minute bis die stundenkerze fertig ist so da kriegen wir jetzt auch den impuls jetzt kommt wahrscheinlich hier auch erstmal wieder klassiker das heißt runde marke kurz angedippt kurz hoch und dann halt erst mal wieder drunter so aber hier dann halt auch rein zu kommen ist halt nicht einfach es sei denn man man skaliert es halt einfach dass man irgendwie sagt so okay ich mache nicht nur eine position sondern ich mache dann halt ein paar mehr und halte dann entsprechende gegenbewegungen dann halt auch aus und skalieren wir das ganze dann halt ein also das ist halt wesentlich leichter das halt so zu machen und das werde ich sicherlich auch im im nächsten webinar bis dort hin ist nämlich das cluster trading wohl auch fertig und damit kann man das halt viel viel schöner auch machen als dass man es jetzt hier manuell sucht an der stelle das heißt dort kann ich dann meine zonen nachher einzeichnen also das geht zwar schon aber es ist halt noch ein beta test gerade alles und von daher kann ich das jetzt hier noch nicht wirklich vorführen aber das macht diesen ganzen handel wesentlich leichter und das setzt man einfach nur seine zonen sagt hier eher short da eher long und lässt den rest dann halt einfach automatisch machen das geht dann auf jeden fall so also was wir jetzt hier noch kriegen könnten das wäre natürlich jetzt hier auch ganz klassisch entsprechend halt hier die letzten supports von unten wenn er so nett ist und das macht das heißt wenn wir jetzt hier irgendwie hoch laufen würden dann passt auch hier jetzt der short da oben ganz gut dazu das heißt wir würden die für uns ein bisschen testen und dann halt den nächsten impuls dann halt wohl runter machen aber nur weil jetzt hier eine runde hundertermarke ist wird er jetzt auch nicht unbedingt ohne weiteres ab hier jetzt dann halt großartig weit kommen so er versucht jetzt aber hier im 5 minuten chart sieht man ja die letzte kerze hier irgendwie auszuhebeln deswegen schnappe ich mir halt auch hier die vorletzte und und die passt halt wesentlich besser auch zum zum bild und dann wäre auch hier entsprechend der support mal von unten zumindest mal erreicht kann aber trotzdem sein dass ich es jetzt hier nicht ohne weiteres reinkomme so da ist ein bisschen gefährlich der ist wieder eine 5 7 8 gerade gleichzeitig abgeprallt von der es letztens ja auch noch mal irgendwie paar hundert punkte geradeaus nach oben ging das ist halt ein sehr bekanntes kauflevel und ein bisschen aufpassen bei dem dauern so steht der und wenn der jetzt halt irgendwie nach oben ballern sollte dann reißt er den dax wahrscheinlich auch mit besser den gehandelt der macht das immer so schön sauber der dauern das ist wirklich unglaublich wirklich exakt auf der 5 7 8 gedreht auf den punkt und jetzt schon mal gleich irgendwie 30 punkte nach oben so also einen machen wir hier noch wobei ich aber selbst den jetzt hier auch ehrlich gesagt am liebsten skalieren würde weil wir haben halt hier mehrere möglichkeiten also einmal sind wir jetzt hier direkt hier an dem an dem letzten support ähm das ist möglichkeit nummer eins das zweite wäre halt hier das ganze nach oben ausgeweitet im minuten chart der letzte support jetzt von heute plus irgendwie die value area und plus hier auch nochmal das letzte hoch und den main pivot das heißt also um das jetzt auch irgendwie sauber short irgendwie einzutüten wäre halt das glaube ich so zu skalieren wie ich es hier zeige wahrscheinlich auch der richtige weg weil er hat ein bisschen luft nach oben und man muss sich hier nicht irgendwie an einem punkt festhalten weil ohnehin ist natürlich irgendwie unten short immer ein bisschen schwierig weil es natürlich einfach immer die gibt die an der stelle sagen auch günstig ich will dax kaufen die haben natürlich immer so dann auch gegen sich klar so und was natürlich noch noch hinzu kommt ist halt die 353 naja weil die glaube ich sehen wir auch nochmal von unten habe ich ja gerade schon gesagt und wenn es halt irgendwie dumm läuft und dann kommt die hier halt auch in einem rutsch das ist halt dann das andere problem dann so den beäuge ich hier die ganze zeit ja das kann er machen das hier sollte schon passen wenn man das halt so macht wir können sie herausfinden wenn wir dann gleich sehen ob das passt oder nicht so ich habe jetzt das weg sieht man ja ich habe das normal immer nur auf 1 eingestellt ich habe es jetzt mal auf 2 einfach auch damit man es mal ein bisschen besser sieht wie das ganze funktioniert vor allem für diejenigen die es nicht kennen und ich hoffe ja immer dass wir uns quiz kriegen weil das ist natürlich dafür ist dann natürlich dann wirklich prädestiniert aber hier sieht man das einfach nur noch wird halt erst gefällt wenn man halt ein bisschen gegenbewegung da halt hat und von daher ist es halt auch immer ganz netter effekt wie man ihn halt hier beobachten kann rolle bist du noch da ich bin da ja ja weil ich höre dich die ganze zeit mit deinem Mikro hier keine ahnung was du da machst vielleicht wollen wir es auch gar nicht so genau wissen was du da machst aber wenn du auf Toilette gehst dann machst du vorher aus natürlich hast du noch mal in die Fragen reingeguckt das sind da zwei drei dinge die für kunden noch interessant sein können hallo ist short das geht nicht hoch sagt der Thorsten guck sind schon wieder fast 20 punkte eigentlich hättest du doch bei ab 76er bei 361 short sein können ja das war ja auch der Plan eben ne quatsch nicht 361 hä wieso 361 achso das meinst du der Ingo sagt das hier irgendwie gerade hier oben bei 361 ja hätte ich machen können das Ding ist halt immer nur soll jetzt keine Ausrede sein wenn man hier aber halt irgendwie redet und dann noch mit dem Mikro rumkämpft am Anfang und irgendwie gleichzeitig noch moderiert und zeichnet und irgendwie alles erklärt dann übersieht man halt auch leider mal was und deswegen macht man da auch nicht immer alles richtig ha Dirk schreibt der René was auch immer das heißt so Thorsten Wolle du sagst was von Fragen ich sehe hier nur äh eigentlich nur irgendwie Thorstens äh ne dann guck mal ein bisschen weiter drüber was hat denn gegen einen strategischen short zum Beispiel 5 mal ATR 2 gegen 9 und 10 gesprochen als Scalping Ansatz in eine Minute achso ne gar nichts spricht überhaupt nichts dagegen ne ich hab halt ja nur gerade auch gesagt ähm warum ich das hier nicht äh angeworfen hab sondern weil ich es halt beim nächsten Mal anders machen will sondern dann halt wirklich mit äh mit dem Cluster Trading das ist ja halt bezieht sich ja auf die strategische Order und ähm dann kann man das direkt auch um 9 Uhr anwerfen und damit dann halt gucken wie der Markt dann halt damit dann halt zurecht kommt deswegen wollte ich jetzt hier nicht ähm ähm den äh den äh die normale strategische Order halt anwerfen sondern machen wir das lieber beim beim nächsten Mal dann halt und dann noch die letzte Frage zu einer Einschätzung also deine Einschätzung ist gefragt ähm hallo Dirk wo würdest du bei einem Dowshort zwingenden Stop setzen wenn man den ein paar Wochen halten möchte Tja ähm ähm ich glaub das ist äh eine Frage die sich ganz viele stellen ne also ist nicht einfach also vor allen Dingen wenn man ein paar Wochen halten will dann geht ja eigentlich gar nichts anderes als halt wirklich über das letzte Wochen hoch das zu setzen ich hab den Dowshort jetzt hier nur nicht vorbereitet ähm aber da liegen wir halt ja dann tatsächlich über dann muss ich mal gucken äh 215 also 26 215 drüber und äh das war ja halt so mein äh präferierter Short Entry die 6 die 215 und ähm klingt jetzt im Nachhinein komisch ist aber so hab ich halt ganz oft thematisiert die 215 auch in äh mehreren Webinalen dass wir dort halt auch mit ordentlich Gegenwehr zu rechnen haben und ähm und das ist jetzt halt auch entsprechend das das hoch von vor ein paar Wochen inzwischen und da gehört halt also wenn man es wirklich paar Wochen halten will geht es ja gar nicht anders dann muss ich ja da dahin oder mindestens mal irgendwie über das hoch von der letzten Woche weil wenn das genommen wird dann sehen wir wahrscheinlich auch die 215 wieder aber da gehört es halt hin ne weil wir halt einfach noch keine vernünftige Welle nach unten haben im DAU die fehlt und ähm das heißt wir müssen im DAU erst mal unter die 25.000 äh nicht weil es eine runde Zahl ist sondern weil dort die letzte massive ich kann es gleich mal kurz zeigen also wenn hier der der Trade halt durch ist aber unter die ähm 25.000 müssen wir erst mal mit einer Wochenkerze und zwar per Schlusskurs und dann selbst dann kann ich ihn noch nicht wirklich nachziehen also wenn ich über ein paar Wochen halt wirklich auch halten will sondern um es wirklich halt um den Stop dann auch nachzuziehen da muss der ganz andere Geschichten machen das hat generell ja auch immer das Problem bei solch massiven Anstiegen weil ähm man kann halt nicht wirklich einen Stop nachziehen oder man kann es dann halt wirklich nur dann irgendwie vielleicht Woche für Woche dann halt äh machen aber jetzt nicht irgendwie nach irgendwelchen ähm markttechnischen Regeln oder so es funktioniert einfach nicht weil natürlich ne weil die ganze Welle fängt ja irgendwo unten bei 22.000 irgendwas oder 21.000 irgendwas fängt die halt an und den Stop nachziehen kann ich eigentlich erst wenn ich ein tieferes Tief habe dort unten drunter und dann nochmal ein hoch und dann nochmal ein Tief und dann kann ich den Stop nachziehen aber alles vorher ist halt nicht so ohne ne also von daher beziehungsweise es ist halt einfach nicht sauber dann ich muss jetzt hier nur mal gerade bevor ich mich hier wieder festquatsche ja ne das ist immer genau das Problem ich guck dann irgendwie gerade auf den Dau erklärt er was und hab hier unten schon wieder gerade was verpasst weil das ist natürlich wir haben hier jetzt genau das Ding was wir jetzt was wir eben auch im Minutenchart hatten die letzte Kerze ist rausgekauft das heißt hier überboten wir haben hier engulfing hier an der Stelle in 5 Minuten und deswegen ja in dem Moment wo ich es anfange zu erklären geht es auch schon hoch und deswegen wollte ich den hier eigentlich gar nicht großartig drunter beziehungsweise gar nicht großartig weiter begleiten sondern wollte mir jetzt direkt hier den nächsten schnappen und dann den nochmal shorten das hier in Etappen machen jetzt habe ich das Ding hier dann kurzerhand da drin vergessen ups der Stop muss natürlich da weg ist natürlich Quatsch so weil das wird ja skaliert die Nummer so ne hier war halt der zweite das ist jetzt halt genau das Ding ne entweder hier oder da oder da reagieren werden die alle ohne es dann halt nur die Frage wie weit so aber hier ist dann halt das letzte hoch aber vom vom Ansatz ne ist zwar jetzt ok dass der hier bei der Runden hunderter hunderter gedreht hat aber wer für mich jetzt also ich ich hasse wirklich runde Marken irgendwie die zu handeln ich mache es einfach nicht gerne hat er jetzt zwar gut aber ausschlaggebend also Indiz genau wie vorhin auch ich wieder nicht mitbekommen weil ich mich hier festgequatscht habe aber genau auch ne letzte Minuten Kerze hier Per ist jetzt zwar kein Engulfing weil dazu müsste sie tiefer sein aber deutlich rausgekauft und direkt geht es natürlich erstmal weiter hoch und setzt sich hier jetzt auch fort leider Gottes im Fünf-Minuten-Chart das heißt hier halt auch dann haben wir hier entsprechendes deutliches überbieten von der letzten Fünf-Minuten-Kerze und so und das meinte ich eben kann man sich dann halt versuchen vom Ein-Minuten-Chart in die nächsthöheren Zeiteinheiten da halt rein zu bewegen und dann entsprechend dann halt auch mitgehen so und wenn ich jetzt hier Pech habe habe ich hier durch mein ganzes Erklärgedöns hier was ich mir die ganze Zeit was ich hier die ganze Zeit mache kriege ich jetzt hier natürlich einen super blöden Trade so der ist jetzt erstmal raus und verpasst natürlich jetzt hier genau die Gegenbewegung das ist natürlich jetzt schön so da haben wir nochmal den Pivot machen das ganze nochmal von vorne hier oben haben wir nochmal die 353 so Thorsten wie war das der geht runter der geht nicht hoch du siehst ja was passiert von wegen und die werden wir gleich auch nochmal sehen so ich muss jetzt hier nochmal den Down nochmal irgendwie umswitchen auf so gucken wir mal hier irgendwas außer hier mal so ein bisschen Volumenpunkt sieht man ja halt auch hier ist ein bisschen mehr gedreht worden ist hier einfach zum nächsten Note gelaufen so setzen wir die nächste mal direkt hier drunter so mich ärgere das natürlich auch immer persönlich sehr dass ich dann halt irgendwie vorher was erkläre und dann halt irgendwie noch sage wie man das machen kann und dann quatsche ich mich irgendwo anders dann halt fest bin abgelenkt und verpasst dann natürlich genau solche geschichten so das hier wäre natürlich jetzt dann auch der nächste punkt dann sind wir schon wieder bei 340 so und wir haben jetzt hier wirklich die fortsetzung auch das sieht man jetzt kann ich mal zeigen dass hier im 5 minuten chart haben wir schon die fortsetzung vom 1 minuten chart von der bewegung so um 15 minuten chart kriegen wir jetzt wahrscheinlich genau das gleiche das heißt auch hier wird die letzte kerze gerade weg gekauft wobei die hat noch ein paar sekunden zeit aber vom vom prinzip her genau das passiert von der minute über 5 minuten in die 15 minuten und so kann man dann halt wenn man halt da wirklich schnell ist dann halt auch sich eine position zusammenbauen die man dann halt ein bisschen weiter kriegt als jetzt irgendwie nur im minuten chart auch wenn man im minuten chart angefangen hat aber ist dann nichtsdestotrotz dann kann man sich damit dann halt eigentlich stressfrei die zeiteinheiten dann halt auch hochhangeln und kann dann halt so bis zur stunde wobei wir die natürlich hier nicht rauskriegen werden beim ersten anlauf also die stunden kerze wird nicht über der nächsten einfach so schließen nicht wenn das jetzt so irgendwie am stück da halt weitergeht so was ich jetzt hier gemacht habe ist halt auch einfach nur ein skyping ansatz also hier oben habe ich halt einfach den die reaktion gekauft die haben wir halt auch den volumen punkt an der stelle verkauft und hier einfach per stop unter der letzten kerze drunter wenn wir jetzt natürlich umgekehrt hier nochmal genau das gleiche kriegen das heißt wir haben hier die kerze das letzte hochgemacht habe die es verkauft worden ja also das hier einfach auf den kopf gedreht nichts anderes passiert hier gerade und und deswegen da halt short einstoppen lassen so von da sollten wir zumindest noch mal dass das value area low sehen und und ab da muss man dann hat und gucken bleibt man da halt irgendwie dran weil es ist ja jetzt erstmal nur ein versuch das zu kaufen auch wenn die 15 minuten kerze jetzt hier erstmal ziemlich wild aussieht und wir halt hier auch am pivot main drehen aber der ansatz ist natürlich genau der gleiche also nichts weltbewegendes so das heißt hier fehlt jetzt auch noch eigentlich noch mal so ein bisschen der der test entsprechend von dem punkt und sind auch hier entsprechend über diesem das hoch hier das zwischen hoch wurde so ein bisschen zurückgekauft aber wie weit das jetzt relevant ist glaube ich erst mal nicht da ist dann halt eher hier oben noch mal relevant also die 340 daher ist es jetzt erstmal hier schon so weit in ordnung so ich mach mal den schalte hier mal gerade um auf den m5 hören ist natürlich auch recht deutlich mal gucken was soll man denn da hat die letzte kerze ist dann halt hier bei 317 ja das wäre dann halt hier der punkt da haben wir halt auch den letzten widerstand hier im minuten chart und die ist halt schon eigentlich erreichbar noch wenn es jetzt hier erstmal ganz wild long aussieht und das natürlich halt auch nachher der der große vorteil davon wo ich halt eben gesagt habe hier mit dem cluster trading kann man einfach wirklich in der unschärfe dann halt rangehen komplett beziehungsweise hat einfach nur in tendenzen und kann es dann halt entsprechend alles automatisch skalieren lassen und muss dann nicht irgendwie dann mit einer position dann halt rum kämpfen sondern es hat wesentlich bequemer die ganze geschichte sondern das problem ist hat hier echt der dau das habe ich ja so ein bisschen befürchtet dreht genauer nach 578 und geht dann nur noch eine richtung nach oben wir sollten um 9 uhr den den dau handeln habe ich langsam echt immer mehr denn irgendwie tendiere ich langsam wirklich dazu und gar nicht den dax weil der hat irgendwie auch um 9 uhr sein volumen irgendwie bekommt und der unfassbar sauber läuft immer morgens zu der zeit wesentlich sauberer als irgendwie nachmittags wenn der kassamarkt aufmacht das problem kassamarkt ist halt echt immer ich sag mal da kommen die ich sag ich nenne es immer dann kommen die ganzen verrückten irgendwie und platzieren halt ihre orders und wenn da irgend ein auftrag hat aktien pakete von xy zu kaufen und dann funktioniert da gar nichts mehr aber solange wie hier zeit wo wir im dau jetzt hat hier im future sind es hat einfach dann auch nur der future der gehandelt wird und das macht das ganze wirklich wesentlich sauberer als jetzt irgendwie im kassamarkt das sollte man kann man sich wirklich mal überlegen weil irgendwie gerade so die letzten drei male kämpfe ich hier echt regelmäßig mit dem dax weil auch jetzt unbedingt diese uhrzeit ist nicht so meine präferierte zeit irgendwie für den für den dax ich finde es immer besser wenn man schon mal irgendwie eine struktur irgendwie im markt erkennen kann das dauert meistens bis ein paar stunden bis man die mal hat und das heißt also wenn der markt schon mal irgendwie vorgezeichnet ist und man schon mal weiß was halt was hat irgendwie überhaupt gehandelt wird was von interesse ist und sieht man natürlich nach ein paar stunden deutlich besser als jetzt irgendwie um punkt 9 uhr weil im punkt 9 uhr weiß man nie okay sind wir noch in gestern oder machen wir jetzt hier wirklich was neues auf heute machen kommen hier markt teilnehmer mit völlig anderen vorstellungen und das ist halt wirklich immer so dass wir sind das problem dabei so was denn nun hier das klima hier fest und aber jetzt sollte man dann eh irgendwie mal gleich gucken dass man halt hier auch noch mal rauskommt weil die uhrzeit ist auch immer so ein bisschen undankbar schöner ist eigentlich immer wenn man oder ab 11 uhr passiert ja meistens noch mal dann auch bisschen mehr und hier so zwischen zehn und elf ist halt sehr oft skillstand im markt angesagt sieht man ja auch gerade noch so irgendwie so zwei drei punkte hoch und runter braucht natürlich irgendwie kein menschen so frage noch mal auch irgendwie kommt nichts her dass mit dau um 9 uhr kann ich bestätigen ja es ist wirklich so ne schreibt jetzt irgendwie der bernd also es hat einfach brutal sauber also wie der halt läuft kann jetzt irgendwie mal kurz jetzt zumindest mal irgendwie im screenshot mal irgendwie zeigen das hat man irgendwie auch sehen kann funktioniert also hier ist der da auf der anderen seite und hier sieht man hat die 578 die halt auch schon von mir ganz oft thematisiert wurde und ich meine sauberer geht es halt nicht der kommt da wirklich hin so auf den tick genau so wird nicht durch verkauft und dann läuft er halt nach oben einfach zur nächsten und das ist halt super sauber das kann man schon fast mit dem stop loss von irgendwie kleiner als fünf punkten halt irgendwo handeln und aber das ist halt echt typisch im dau für die uhrzeit so der dax muss jetzt hier irgendwie unbedingt übertreiben und dann jetzt halt mich hier wahrscheinlich gerade mal hat sie irgendwie rauswerfen mann 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 aber noch ist das ding nicht durch wir haben jetzt hier noch mal den den point of control beziehungsweise hier die die letzten highs jetzt haben wir hier echt die fortsetzung genau wie es vorhin beschrieben haben von einer minute auf fünf auf 15 und als nächstes sind wir hier sogar bei 30 minuten schon angelangt ja das sind wir jetzt genau oben an der kerze das heißt da jetzt oder die ist auch noch raus nimmt dann falle ich hier allerdings ein bisschen vom glauben ab weil es werden ja dann irgendwie drei zeiteinheiten hintereinander in einer bewegung aber gut möglich ist natürlich möglich ist natürlich alles ich kann sagen ich blende mal noch den 15 minuten chart ein aber den habe ich ja hier ohnehin im hintergrund hier oben jetzt noch der wie bob da hat er natürlich lust drauf aber das kann auch wenn es nach mir geht gerne noch später machen so und hier nochmal den pock das heißt da stecken wir gerade so ein bisschen dazwischen fest so und hier oben den emma den gegen regels erst mal aber was halt was ich vorhin gemeint habe was hat nach wie vor eigentlich zumindest mal fehlt das ist hat ihren backtest auch vom vom vrl und ich hätte eigentlich gedacht das kommt hier an der stelle da wird erst mal kurz vorher gedreht den fünf minuten chart hier mal parallel noch an gucken wir gerade mal den dauerparallel auch noch an also auf den wollte ich ja noch irgendwie eingehen das mache ich gleich ja der klebt jetzt einfach nur genau in der nächsten linie an der 628 und einfach nur einmal eine arbeitste hb-bewegung gebracht der ist allerdings in der stunde schon oben angekommen und sollte jetzt dann dort mal reagieren vielleicht beruhigt sich jetzt mal der dax an der stelle auch wenn es irgendwie nicht wirklich sinn ergibt dass die jung diese uhrzeit zusammenlaufen tun sie aber aber das ist halt wirklich eine überlegung also mit was ich gerade gesagt habe also ihr könnt ja irgendwie mal eure meinung dazu sagen ob man nicht wirklich lieber den dau dax um diese uhrzeit handelt als irgendwie den dax weil er einfach wirklich sauberer läuft ich bin halt sowieso muss ich halt auch zugeben im dax gar nicht mehr so so wahnsinnig viel aktiv sondern wirklich viel viel mehr im dau weil hat natürlich also gibt ganz viele gründe a weil er sauberer läuft b weil die bewegungen natürlich größer sind c weil er günstiger ist auch letzten endes weil auch dort habe ich ja auch nur einen punkt aber die atr ist dreimal so hoch das heißt er kostet nur ein drittel von dem was irgendwie der dax kostet das sind hat irgendwie alles so argumente und die hat immer wieder bei mir für den daus sprechen und weniger für den dax der dax der geht mir manchmal schon ein bisschen auf keks zu sagen wie es ist so was denn du hier das ist nicht der ernst kommt noch ein paar punkte runter ist gut jetzt hängt er natürlich genau der letzten fünf minuten kerze und versucht diese jetzt hier zu brechen das ist natürlich genau der punkt wo es dann jetzt reagiert so wäre natürlich schön gewesen wäre die ja unten weg gebrochen hätte aber da scheint er irgendwie noch gerade nicht so motiviert für zu sein so was jetzt natürlich so ein bisschen erschwerend dazu kommt 30 minuten das könnte natürlich auch noch mal ein impuls geben den versuch das hoch hier oben raus zu nehmen da wären wir hier knapp drüber das wäre dann der der point of control kann sein ich kürze nicht ja sieht dann halt wohl leider so aus ne ich nehme eine hier raus packte ich hier oben mal rein das erinnert mich jetzt langsam irgendwie gerade an äh den tauch von gestern irgendwie, jetzt ist halt hier mein Entry ist das Nonplusultra für den Markt wo man jetzt halt nicht mehr wegkommt das ist manchmal halt wirklich ein Fluch aber ich glaube, das kennt hier auch jeder so irgendwie, man hat irgendwann eine Position und denkt, das kann ja nicht wahr sein das ist jetzt genau die Stelle wo jetzt irgendwie nichts mehr passiert Ja, da kommen halt auch so ein paar Antworten zum DAO, also das ist halt wirklich, wir können es ja so machen irgendwie beim nächsten Mal, dass man den zumindest mal mit einbeziehe und dann halt einfach, dass wir das dann halt irgendwie zusammen so ein bisschen entscheiden, welchen Markt wir da halt hernehmen ob den DAO oder den DAX der DAO hat es halt einfach jetzt von der Bewegung fertig gemacht von Punkt A nach Punkt B wirklich sauber und der DAX hängt halt hier so mittendrin jetzt, ausgerechnet natürlich jetzt auch gerade so hier im Nichts, im Nirvana ja, also keinen Punkt irgendwie erreicht nichts, unten irgendwie ich will die Hälfte vergessen oben irgendwie nichts erreicht und das ist halt immer so genau das Ding, wie der DAX halt läuft und was ich halt einfach echt auch leider anstrengend finde weil da geht halt einfach weiß ich nicht, das Interesse, das Volumen wie auch immer dann halt aus es kommt nichts mehr und höchstens dann um 11 Uhr dann halt irgendwie nochmal wo dann halt dann halt ein bisschen mehr passiert und ansonsten klebt es dann halt einfach nur immer ganz oft dann wirklich zwischen wichtigen Punkten fest bis nachmittags bis dann die Amis dann halt irgendwann mal kommen und es fällt wieder aufräumen und das ist halt echt so ein bisschen anstrengend weil ich meine, hier sieht man ja es handelt einfach kein Mensch mehr gerade da brauche ich auch irgendwie mir gar kein Volumen anzeigen zu lassen das sehe ich so da hat irgendwie da ist die Lust raus aus dem Markt da noch irgendwas zu tun wir stehen jetzt hier irgendwie in der Range von fünf Punkten rauf und runter und das ist halt echt das ist halt nicht schön leider Dirk, was hältst du denn davon wenn wir hier einen Abschluss finden? Ja, ich will den natürlich gerade noch zu Ende bringen hier Ja gut, okay Naja und und dann ansonsten klar hatte ich ja auch vorhin gerade schon gesagt aber den hier natürlich jetzt gerade noch halt fertig machen das versuche ich halt zumindest noch Ja, so ein bisschen Bewegung nach unten dass wir den zumindest mal hier rauskriegen So, also weil hier sieht man ja auch fünf Minuten das sollte eigentlich jetzt auch nach unten irgendwie brechen und bei so einem Bild dass wir zumindest mal hier das Tief ansteuern und dann entsprechend hatte ich ja halt hier auch gesagt die 317 das heißt hier unten irgendwo in dem Bereich genau also da sollten wir schon eigentlich hinkommen das wäre auch nochmal hier unter dem VAL aber wenn das natürlich jetzt in dem Tempo hier weiter geht dass die Minutenkerzen wieder wirklich hier nur 1 bis 1,5 Punkte zwischen Open und Close haben dann dann lassen wir uns jetzt lieber gleich sonst hängen wir hier wirklich noch keine Ahnung wie lange drin aber eine Chance geben wir ihm natürlich hier noch das halt so machen ach man Dax es ist wirklich manchmal echt nicht so einfach mit dir auszuhalten macht es jetzt hier wirklich die das sieht man ja auch ganz deutlich echt so die die kürzesten Kerzen jetzt überhaupt seit wir irgendwie hier angefangen haben so ich gebe mir nur 5 Minuten und wenn er das nicht hinkriegt und dann machen wir jetzt hier einen Deckel zu jetzt haben wir zumindest hier mal eine schwarze Kerze so das heißt genau so lange wird es jetzt ohnehin nochmal dauern bis wir überhaupt jetzt irgendwie halt nochmal eine Bewegung dann halt bekommen weil das natürlich jetzt hier auch erstmal im Skyping jetzt erstmal short irgendwie aussieht ja und dann passiert dann natürlich erstmal nichts weil letzten Endes wenn man sich das mal anguckt vor dem Hintergrund von Außenstäben und dann ist es hier tatsächlich leider auch so sieht man hier halt schön das ist der letzte Außenstab kleben seit jetzt 15 Minuten in der letzten 5 Minuten Kerze fest so mehr haben wir halt hier noch gar nicht und so sobald wir hier jetzt dann halt den Schlusskurs drunter haben das ist zwar natürlich nur der 5 Minuten Chart sollte man aber nicht allzu weit irgendwie dann halt begleiten und dann kriegen wir natürlich auch eine Reaktion nach unten so aber ich werde hier nicht noch eine Viertelstunde warten bis der das jetzt hier macht also Exit kann man ja einfach selber im Auge behalten höchstwahrscheinlich hier unten bei der 317 ja wird auch den letzten Widerstand haben der hier wird höchstwahrscheinlich gleich durch sein das bisschen an der Stelle und ob man dann hier long gehen müsste steht natürlich auch auf einem ganz anderen Blatt aber das wäre halt eine eine Anlaufstelle die eigentlich stressfrei erreichbar ist so deswegen würde ich sagen vielleicht kriegen wir es hier mit dem Schlusswort noch kombiniert aber an der Stelle würde ich jetzt halt wirklich auch erstmal dicht machen und bevor ihr halt alle einschlaft hier zu Hause beim Zuhören oder wo auch immer ihr seid ist ja auch alles soweit dazu gesagt und auf den Dow da wurde ja vorhin nochmal gefragt da würde ich dann eher sagen komm doch lieber mal irgendwie dann in der Gruppe vorbei und also die Stereo Trader der Stereo Trader Club bei Facebook und dann kann ich ja da nochmal drauf eingehen und aber ansonsten sonst dauert es jetzt hier auch zu lange also dann sage ich mal an der Stelle Dankeschön fürs dabei sein natürlich auch für den Wolle dass er auch nicht eingeschlafen ist auf der anderen Seite sondern noch da ist auch wenn er schon ungeduldig wird hat er gerade seine Ungeduld schon verlauten lassen nein das ist nicht richtig nein nein Quatsch nein das ist nicht richtig ja ich sage also wie gesagt danke und auch an FXFlat hier fürs Veranstalten natürlich vor allen Dingen an die Teilnehmer war ja heute wieder sehr sehr zahlreich alles und das sind auch fast alle bis zum Schluss geblieben und ich sage einfach mal ich freue mich bis aufs nächste Mal aber übergebe das letzte Wort hier weil er heute auch Premiere hatte hier der Wolfgang darf ja auch das letzte Wort haben also danke von meiner Seite ja auch von Seiten FXFlat vielen Dank für die rege Teilnahme ich hoffe das Webinar war für alle interessant zumindest sind die Reaktionen entsprechend da gibt es noch eine Frage Dirk die möchte ich dir gerne noch zuwerfen können wir in der Stereo Trader FIBO Gruppe also Facebook Gruppe abstimmen zwischen Dow und DAX ja können wir eigentlich machen das könnten wir eigentlich wirklich machen kein Thema gut dann wünsche ich allen Teilnehmern einen erfolgreichen Handelstag und noch eine angenehme Restwoche vielen Dank Selbstdiplast bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017